so alle alle tiere heute alle pflanzen sammelt das hat schon spaß gemacht das fand ich richtig richtig schön wir sind genau an der grenze wo möchten die herren hin wir auf der grenze erst mal darin doppelte staatsbürgerschaft ich weiß auch gar nicht warum darin aber auch gar nichts für die distanz das müsst ihr mal machen ob einer hier von links guckt hinweis ist da hier vorne kann man eigentlich auch direkt schon mal nade da mal die china an die wand keiner gespawnt ja nehmen sie einen pfeil eingeschlagen also einer liegt bei mir die großen bolzen sie immer wenigstens eigentlich auch ganz gut wenn es hier ist mal leise machen oder wo sind ausgänge allzu nah aber auch nicht allzu weit weg der passt auf also ich würde die wirklich ich habe eine shotgun also ich glaube ich mache nicht so genau die ja na hast recht wo ist die jetzt da unten war ich da noch feuer da lauf doch halt mal ein blöde das war ich alte jetzt hat sie aggro weg das schon auch noch eine axt axt ist glaube ich noch besser als der hammer bei ihr schon jetzt sind das kackvieh draußen ist ein hier ist ein zombie ausgelöst worden weiß nicht ob das an mir lag hier draußen läuft wer oder erst mal muss die spinne sich beruhigen nochmal eure richtung dann können mich auch vertun da habe ich wohl vertan hier da draußen schnauft immer noch ein zombie ja die brauchen eine zeit bis die aggro verlieren versuchen einen noch zu erwischen wenn die dich nicht erreichen können wenn ja mal piken da vorne jemanden sehe nee da steht nur ein zombie aber ich sehe keinen der da sonst noch rumsteht nehmen wir die mit oder lassen wir die tot liegen vage weil doch ob ich mich heile oder nicht weil ich habe jetzt gar kein leben mehr ach so hier unten steht auch hier also hier unten würde hier drinstehen das wäre jetzt nicht so das problem sonst wenn ich nun trotzdem weglaufen ja ja oder halt hier bleiben und verteidigen das ist ja dann verteidigen wir jetzt gerade sagen der ausgang wäre auch nicht so mega weit und da hinten kämpfen gerade andere wo war denn jetzt mein letzter pfeil ach der steckt da noch drin in der dame dann würden wir slaughterhouse raus das ist man das ist ja 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 wir können darüber gehen blanchett wollen wir jetzt darüber rennen Dann machen die bestimmt dasselbe und am Ende tauschen wir dann. Ja. Besuchen die zu töten oder so. Mir ist wurscht, ist natürlich die Hemm-Variante. Churl-Aiding Waters ist schwerer anzugreifen als... Aber die kämpfen da. Ja komm, geh mal hin, hör. Okay. Executive Decision vom Chef. Hier war doch vielleicht einer, ne? Vielleicht bist du vorsichtig. Ja. Hey, das wird von euch gewesen sein. Der Zombie stand vor der Tür und hat... Ich mach mal die Tür wieder zu, nicht dass die denken, wenn einer da kommt, dann sieht es so aus. Du könntest auch deine Fallen aufstellen, wenn wir weg sind, ne, Fabian? Ah! Apropos Fallen, ich hab auch noch. Aha. Gute Idee. Kann ich mein Brain wenigstens mal sinnvoll einsetzen. Das bremst dich auf jeden Fall. Ja, wo kann ich dich jetzt nicht aufstellen? Ach, kann man nicht so nah an das Tor ran, damit. Hm. So blöd. Ah, aber wenn man so ein bisschen... Doch, jetzt geht's irgendwie. Boah, unsichtbar. Hier hinten auch noch eins hin. Man, der ist eh verramst. Hast du die wenigstens benutzt, egal wie es war. Achso. Ja. Ja, dann mach ich die halt auf. Jetzt werde ich erschossen. So. Ente. Ich weiß nicht. Ich hatte keinen Hunger, danke. Och ja, auch noch ein bisschen gebratene Ente. Ja. Nusprige Panade mit ein paar chinesischen Nudeln, jo. Ja, wenn die da schon so schön rumfighten, da muss man sich ja eigentlich einmischen. Du hattest jetzt Crossbow in Bornheim, ne, Fabian? Mhm. Okay. Ich habe ein Bildebind, was ihr so habt. Ich muss mir hier kurz... ...Spark, Silencer und Dolch. Dolch, okay. Ja, ich bin jetzt relativ weit abgeschlagen. Auf der anderen Seite vom Kopfhörn. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier irgendwo noch wer sitzt und guckt. Ja, da laufe ich gerade durch. Ah, okay. Ich komme halt auch leider nicht so unrein. Ich schreibe ein Immulator da vorne. Ein paar Zombies sind auch noch da. Total viele Immulator überall. Ich fange jetzt das Schleichen an. Du bist jetzt aber auf dem Compound. Ja. Folge dir mal hier rüber. Aber immer noch auf der anderen Seite. Der Kirche, ja. Ja, andere Seite der Kirche, genau. Hm. Ob wir in die Kirche reingehen, dann haben wir da die Position, die wir verteidigen können. Jetzt wird es ja keiner merken in der Zeit. Ja, mach das mal. Letzter hier. Ich habe eh Lightfoot. Boah, es geht hier ab. Ich bin drin. Das war aber außen. Also gar nichts hier drin. Sehr interessant. Ich kämpfe mal gerade hier ein bisschen. Einer hat aufgehoben. Zwei haben er aufgehoben. Zwei, ja. Der eine Leiche. Wer wirft das? Jemand wirft Dynamit. So eine Richtung hier. War aus Nordosten 45 ungefähr, würde ich sagen. Ja, direkt vor meinem Fenster hier. Hier, in der Ecke. Unten, ich kann sie hören. Laufen da rum. Da außen? Ja, direkt an dem Gate unten. Ich bin leider noch sehr weit weg. Ich habe auch nicht so richtig Gas geben. Da ist hier nur Etage tiefer. Hier ist einer relativ nahe bei mir. Na, hier hüpft einer auf dem Friedhof rum. Keiner down. Ich wollte den gerade da vorne looten. Ich habe aber noch Holz-Steps. Als wäre hier einer ein Haus mit uns. Bei 120 ungefähr. Ja, bei mir auf der anderen Seite der Mauer läuft auch einer. Mitten in allem. Ich muss ihn schmeißen. Also bei mir hier außen ist Friedhof. Ja, hier ist Steps definitiv ganz viel. Bei 45. Der ist hier vor meiner Nase. Außen vor der Tür. 75 jetzt. Ich habe hinter dir einen gekillt. Oh, nice. Und toll, ich bin mir die. Bist du das? Ja. Ich bin nicht. Dein Hit? Ist einer oben über mir? Vor der Tür wieder. Der wird gleich wieder reinkommen. Sie ist auf mich. Ja, der schießt durch die Wand. Der oben bei mir? Fand ja. Bang. Leider über. Überhaupt nicht in Bildung. war die das ja mein feuer das brennt jetzt die treppe ja ja dann muss ich auf die treppe nicht achten ich bin jetzt auch auf der anderen seite hoch und hier soll ich dem anzünden ich gekillt da ungefähr einer hat gerade Oh... Oh... Oh fuck! Oh Gott, das klingt hier auch nicht gut. Hypebomb oder so, oder Hype? Ich hab mich erwischt. Hier ist die Tür bei mir offen, leider. Also bei der Spinne wurde auch gerade gekämpft. Soll ich sogar voll, nice, danke. Der hier ist immer noch der schwange Zombie. Die Position war ich. Du bist ausgebrannt. Der hier steht nicht. Hä? Pick up? Laufen bei 15 rum? Hier ist ja auch gar keiner mehr. Die sind ja entkommen. Draußen läuft noch wer. Ja. Ja. Vor meiner Tür. Unsen. Die sind bald... Also die... Die... Bounty Boys sind abgehauen. Die laufen gerade zu den Bounty Boys. Ich komm grad nicht hier raus. Einer ist hier und der andere ist da bei dir in dem... im Bereich Fabian. Da kommt leider auch gerade ein... Imuleiter angewandt. Ja, ist einmal noch. Der warnt schon. Direkt der vor dir Fabian ist Hit. Push. Kann ich. Das ist ein Imuleiter. Also... Ja. Der ist direkt neben ihm. Officer Kabel. Entschuld. Nice. Das war der. Ja. Jetzt muss ich dann halt den... Immuleiter hier machen. Ich komm zu dir. Äh. Noch einer. Ich muss noch einen. Tot. Nice. Ah. Fuck you. Der andere ist ja auch tot. Nice. Oh man. Mal gerade nachladen. Das wird wohl der... gewesen sein, der Deng geteilt hat. Ne. Mich hat der unten... der mit der Officer Kabel unten... der hat mir... Lucky Headshot gegeben. Weil hier oben saß noch einer. Ne. 57 Meter Entfernung. Das war der nicht. Okay. Dann war das noch ein anderer vor deiner Tür gerade. Gib dich auf. Ey. Die anderen sind in der Zwischenzeit abgehauen einfach. Mit beiden. Bauten. Wir töten alle und die laufen weg. Oh. Nicht Kills gemacht. Ja. Äh. Wo sind sie denn? Erreichbar noch? Ah ne. Die sind schon weg jetzt. Scheiße. Aber wie? Ich verstehe gar nicht wie die das gemacht haben. Ja. Hier war so viel los. Einfach hinten raus. Die da drin habt ihr alle gelootet? Aber ein angezündet. Ja. Hier oben liegt ne... Uppercut und ne Spectre. Falls jemand... Spectre ist von mir. Ich hab die schon in die Crown & King getauscht. Achso. Okay. Dann der Typ hier. Hat auch nur Müll. Ja, hier hat ja auch nur ein Bino Scheiß dabei. Auch nur Müll. Dann lass uns doch nochmal ne Runde hier laufen. vielleicht nicht mehr rum in den fünf minuten noch alles killen da vorne war ja auch noch jemand tot wenn ich gekillt hatte und dann seite von der kirche vielleicht hat er was tolles jetzt haben wir das auch mal stirbt doch einfach nicht konzert ihn hat hier liegen sogar zwei ja hier hat jemand was ihr das habe nichts geworfen ich habe die hat gekillt ok naja wenn ich sagen können legendarie da müssen wir eigentlich schon rankommen ja ich glaube die kann man gar nicht mehr gut dann müssen wir jetzt aber auch mal hier raus aufpassen was nicht noch irgendwo wahrscheinlich nicht bin ich ohne witz ein meter vor der extraction so und ist mir die zeit ausgegangen das war so bitter im baum ja die schlag animation von herr gott dauert so lang ja ich habe mir das nur kurz angeguckt du machst das schon da heil ich jetzt auch nicht mehr extra da lauf ich lieber nicht heilen da ist 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 da ist